Julian ist ein guter Trainer. Das ist auf jeden Fall eine gute Person auch. Schauen wir, was passiert. Ja gut, Lido. Komm, du musst auch noch reden. Schauen wir, was passiert. Ob er Bock drauf hat. Na klar, wäre schön ihn wiederzusehen, mit ihm zu arbeiten auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir gucken. Na klar, das ist eine große Aufgabe. Vor allem, wie wir gerade drauf sind oder was alles passierte bei uns. Aber ich glaube, der nächste Trainer, der kommt, der hat nicht viel zu verlieren. Wir stehen gerade nicht allzu gut. Aber na klar, wir haben eine große Aufgabe vor uns. Vor der Heim-M. Aber wir schauen. Wir müssen halt einfach von Länderspiel zu Länderspiel gehen. Und schauen wir mal, wer der nächste Kandidat ist. Ja, na klar, das war eine gute Atmosphäre hier. Auf jeden Fall. Vor allem vor so vielen Zuschauern. Ich hoffe, das hat uns jetzt... Ach du Vollidiot. Sorry. Ich hoffe, das hat uns so ein bisschen den Schub gegeben und Selbstvertrauen. Und dann schauen wir, was beim nächsten Mal passiert. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.